Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War, die Schlacht um Washington. Wir haben weitere Truppen erhalten, die unsere nördlichen Vormarsch unterstützen werden. Der Rest wendet sich nach Süden, um die Ostseite der Stadt zu flankieren. So, wir haben bestimmt schon 1000, 50.000 Mann verloren, keine Ahnung. Ne, wahrscheinlich 10, aber es kommt noch mehr. So, Fort Solcom, keine Ahnung, muss erobert werden vor Rückenmänner. Ja, das ist jetzt ein kleines Vorwort, das sollte man packen. Wir haben ja hier schon, warte mal ganz kurz, es ist mehr gerade, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Die Schlacht geht weiter runter wahrscheinlich, ne? Also von links nach rechts Leute abziehen, werden wir wahrscheinlich nicht machen. Aber wir haben ja hier noch eine Reihe, ne, doch nicht so viele. Ich dachte, da sind mehr. So, einfach mal runter. Die Cavalry ziehen wir auch mal dahin. Aber mal um zu gucken, ob da was ist. Äh, noch mehr Freiwillige? Nein, aber die Kanonen sind hier eindeutig zu weit weg. Und können echt, echt viele Meter runter. So, Missionswagen und General auch. So, dann haben wir hier die Linien aufgebrochen. Und. Rennen wir mal dahin, nur um die Leute wegzukriegen. Du rennst dahin. Ähm. Ihr rennt dahin. So, und dann versuchen wir hier noch ein bisschen was wegzudrängen. Und, ähm. Ja, die können wir hier reinpacken. Dass wir die Leute da wegkriegen. Und wenn wir hier noch ein bisschen weiter aufräumen, wäre auch schön. Munitionswagen. Wo bleibst du, mein Freund? Mein Freund, der Munitionswagen. Oh. Das hast du gut erkannt. Bleib mal da im Wald. Schieß den mal weg. Passt schon. Haut hin. Das läuft. Aber wir brauchen hier an der Seite doch auch mal Leute. Okay. Äh. Du kannst jetzt fortlaufen. So. Oh. Komm mal wieder zurück. Da kommt Kavallerie. Aber dicke. Dicke Kavallerie. Können wir dich in die Falle locken? So. Im Nahkampf binden. Laufen. Das ist ganz gut. Und zurück. Weiter vor. Weiter vor. Weiter vor. Zurück. Und die nächste im Nahkampf. Klar. Alter. Können sie mal kommen. Na. Die kommen da nicht weiter. So. Ähm. Haben wir noch Kavallerie da? Supply. Sehe ich da. Ich sehe Supply. Kavallerie. Kavallerie. Kavallerie haben wir hier. Komm mal her. Hol dir mal einen netten, süßen Supply. Einen süßen Supply holen. Hier läuft weiter. Wir brauchen mehr Leute. Und Pause. Wir haben jetzt ganzes. Einen ganzen Haufen an Soldaten. Verdrängt. So. Ein bisschen ist noch da. Mal hier mal euch drei. Positioniert euch da mal hin. So. Positioniert euch da hin. Dann müssen wir die doch mal zum Laufen kriegen. Du bist dann auch vor. Ähm. Ein bisschen vor. So. Da kommt noch mehr. Gehst du da hin. Gehst du mal da hin. So. Gehst du da hin. So. Dann sollten wir die da auch mal abfrühstücken. Ah. Die laufen schon. Ja. Supply ist wahrscheinlich eher weg als ich mit meinen Leuten da. Wo ist die Kavalerie? Mal unterwegs. Und Supply können wir kriegen. Wenn es nicht zu nah an den Mauern ist. Gut. Dann können wir da hinpacken. Und. Ah. Ich weiß nicht. Supply könnte noch eine Falle sein. Komm mal weiter her. Oh. Du kannst aufgeben. So. Rüber. Rüber. Mach kurz Pause wieder. Was ist hier hinten? Eine Kavalerie. Ach. Schau an. Was macht ihr da hinten? Komm mal her. Weiter. 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 So. Wir haben Kanönchen. Wir haben Einheiten hier vorne. Hm. Die laufen. Die bemannen die Mauer. Die Schweine. Hier. Macht die Platz. Macht die Platz. So. Vereinigtes Kanonreich. Einmal volle Batterie auf die. Damit die gleich laufen. Okay. Wir machen ganz kurz Pause. Laufen. Wir drängen sie weiter zurück. Aber ich hätte gerne nochmal gerne hier ein paar Leute. Dass ich hier mal, äh, ne? Ein bisschen, ihr wisst schon, weiterkomme. Oh. Schönes Kornfeld. So. Schleppen wir euch da mal hin. Dann haben wir euch ja schon mal frei. Aber hier haben wir auch noch Feinde. Und hier haben wir auch noch Feinde. Und dann kommen wir denen schon mal ein bisschen näher. Ich weiß nicht, ob die noch rechtzeitig ankommen. Gucken wir mal. 2.30 Uhr haben wir noch Zeit. Jetzt haben wir mal mit die Kavallerie gleich wieder abhauen. Wie macht sie? Ich habe nämlich keinen Plan, ob das klappt. Oh. Hinten ist offen. Habe ich ja gar nicht bedacht. Dann mal ran. Oder erst mal von hier. Ran. Ran. Ich dachte, das ist mehr. Weil es ist noch mehr. Es ist noch nicht alles aufgedeckt. Kavallerie zurück. Entschuldigung. Entschuldigung. Arme zurück. Das war ein bisschen zu viel. Das ist gut mit der Kavallerie. Ah, das kriegen sie von hinten einen drauf. So, kommt her. Das war Supplies. Ah, die Laufungsschweine. Ich hätte die mal hervorziehen sollen. Holt zu euch. So kleinen Bastarde. Können wir mal kurz Pause wieder machen. Können wir einhalten. So, das heißt. Die habe ich ja schon dahin geführt. packe ich da mal Haul hin. Einfach nur, damit die wegkauen. Und hier packe ich trotzdem euch noch dahin. Das heißt, euch haben wir frei. Können weitermarschieren. Und ihr könnt weitermarschieren. Sollen wir ein bisschen Deckung haben. Ich weiß nicht, wo ich das hier noch alles brauchen werde. Ich ziehe es einfach schon mal hier runter. Meine Frau hört so viel. Ich gucke gerade Simpsons. Das hört sich echt laut an. So, weiter. Wir drängen sie weiter. Nicht stehen, nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Weiter. So, jetzt haben wir nur das Kanonproblem hier. Weiter. Weiter. Frank. Heinrich. Gut. 2.16. Angriffs kommt in Stock in. Ah, hier hinten ist er eigentlich ganz gut von mir her. Oh, hier. Killing. Oh, hier ist er jede Menge. Oh, hier ist er jede Menge. Ah, hier hinten ist er eine Menge. Oh, hier hinten ist er auch sehr gut von mir. Oh, hier hinten ist er. Wo sind die denn bitte? Ach da. Warte mal. Pause. Hier. Auch wenn es arschweit weg ist. Hier ab ins Gefangenenlager. Hier auch wenn es arschweit weg ist. Ab ins Gefangenenlager. Wofür haben wir denn da die Festung da? So. Heran. Und heran. Oh. Warte mal ganz kurz. Die Kavallerie. Bitte nahe Kampf. Zack. Und dann wird das gleich klappen. Ah die ist jetzt schon geschwächt. Oh die Kanonen nerven dann gleich nicht mehr. Jetzt müssen wir mal hier auch mal ran. Hier kommen wir schön von hinten. Geil. Kannst du schon mal hier hin laufen. Ach die werden so sehr drückt. Charge. Nachkampf. Alles Randa. Oh keine Gnade. Oh Mann die Mauer. Nicht das von hinten angreifen. Oh. Kanönchen mit Hühnchen. Weiter. Einheiten. Weiter vor. Da sind ja immer noch welche. Naja. Die wissen auch noch so viel. Reicht glaube ich. Das reicht. So. Weiter. So. Ich hab schon wieder draufgeklickt. Verdammt. Ich hab wohl noch einen Schluck Kaffee trinken. General Hocker verstärkt Fort Stevens. Mit all seinen Divisionen. Die Yankees sind entschlossen. Nichts. Äh. Uns nicht in der Nähe nach Washington kommt zu lassen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich habe gerade meine komplette Armee. Auf dem Schlachtfeld. Verteilt. Und da kommt jetzt irgend so ein Heini? Pausieren. 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 Äh. Das heißt. Kanon. Äh. Hier hin. Das wird jetzt unsere Verteidigungslinie. Schützen. Wie sieht's mit Deckung aus? Mal ein bisschen dahin. Ein bisschen dahin. Ja. Das wird jetzt, äh. Ein bisschen doof werden. Finde ich. Wenn da was kommt. Kriegt's da ja auf die Nase. Oh. Richtig. Aber dicke. Oh. Da hinten ist was durchgesickert. Kavallerie. Haben wir noch Kavallerie hier? Nicht, dass die von hinten mich piesacken. Ich mag das nicht. Ähm. Die können meine Leute beschützen. Ich brauche Kavallerie. 700 Mann haben wir nicht irgendwas. Ah, da. Ich hasse, dass wir noch irgendwas überlebt. Verdammt. Ähm. Ja. Mal gucken, wie die Verstärkung wird. So. Ach, da lebt ja immer noch was. Das große Gemetzel. Jetzt haben wir hier das Problem. Ja, wir lassen sie gleich aufmarschieren. Das ist natürlich. Näher ran. Ey, aber wer kommt denn da? Das ist eine Lücke. Pausieren, pausieren, pausieren. Die kommen auch von dieser Scheißstraße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geh, du bleibst mal schön da, wo du bist. So. Äh. Dann würde ich erstmal hier einen nehmen. Wir haben hier noch Kanonen. Das ist nicht so weit weg. Ähm. Dicht ziehe ich dann doch bitte mal da hin. Die packe ich trotzdem da nochmal hin. Wegen der feindlichen Kavallerie. Dass sie einfach ein bisschen gepiesackt werden. Ja, jetzt bin ich aber... Mit der einen Straße habe ich gerechnet. Aber nicht mit der zweiten. Das könnten wir jetzt das Genick brechen hier. Ja, wir laufen nämlich schon. Scheiß in den Dreck. So, abrücken. Aber warte mal, Pause. Kommen dann von hier auch gleich welche? Ja, haben wir ja auch ein Problem. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Man weiß ja nie, ne? So. Und dann ist auch dieses Ford und die sichert. Ja, da stehen sie. So. Die kann eigentlich schon mal weiter runterrücken. Der rennt noch. Und die kann nun auch gleich mal weiter runter. Weiter runter. Heinrich, weiter her. Und weiter her. So. Diese Punkte gehen mir da. Mal ganz kurz. Diese Punkte gehen mir. Diese scheiß Drecks-Kavalerie. Die geht mir echt noch auf die Nüsse. Die könnte mich die ganzen Supplies meiner Gefangenen einnehmen. Eigentlich sind sie ja safe. Aber diese Linie versuche ich trotzdem noch irgendwie mit Männern zu verstärken. Dass wir hier einfach mal in Sicherheit sind. Die Kanonen packen wir dann doch nochmal hier hin. Mit Munitionswagen. Falls dann doch da was kommt. Und die haben wir jetzt zurückgeschlagen. Vielleicht können wir noch hier einfach nur diesen Weg beschützen. So. So. Wie ihr wollt. Puh. Genau. Kann wir schon weiter ran. So. Laufen sind gleich wieder. So habe ich es auch am liebsten. So. Dann können wir auch ein Stück weiter vorrücken. 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 Ja. So sieht Verstärkung doch gut aus, oder? Warte mal ganz kurz. Da ist was blaues. Das ist aber in Panik. Das ist okay. Kannst du die mal töten da. Gehen wir ja sowas von auf den Sack. Da hinten haben wir noch welche. Gut. So. Gefangen genommen. Ab zu meinem Gefangenentransport. Zack. Beeil dich, Gefangenentransport. Und ich glaube, sie sind gleich nicht mehr gefahren. Charge. Unterstützt den Kampf. So. Zeit. Noch 22 Minuten wieder. Kaffee auch noch gut gefüllt. Der Flankenangriff hat begonnen. Ich hoffe, es wird nichts Kompliziertes. Auch die Sternenfestung finde ich schon scheiße. So. In der Zwischenzeit haben es unsere Truppen unbemerkt zur Westseite der Stadt geschafft. Und sind bereit zum Angriff überzugehen. Ah, Hügel, Gräben. Ah, Dorf, Sternenfestung. Wenn wir die haben. Ach, da hinten haben wir auch noch Verstärkung. Sämtliche verbleibende Reserven werden den Angriff von der Ostseite her unterstützen. Okay, okay, okay. Ah, da ist noch eine Festung. Fort Thomas muss eingenommen werden. Jawohl. Und der andere auch hier. Ich sage einfach mal Sternenfestung. Boah, jetzt habe ich übelst Nackenschmerzen. So wie Fort Washington. Jawohl. Und dann Washington. Huh. Das könnte echt lange dauern. Machen wir es. So. Dam-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam. Candy hat aufgegeben. Oh, da sind noch Einheiten vom Kampf drüber, oder was? Geil. Ähm. Ja, hier würde ich erstmal sagen. Soldaten. Hier können wir wahrscheinlich nicht drüber, oder? Dach hin. Null dort hin. Ein bisschen laufen. Ja, die Kanonen, ey. Können die überhaupt übersetzen? Die sind noch gar nicht ganz da. Mehrere Punkte, die wir einnehmen müssen. Okay. Jetzt haben wir die zurückgedreht. Die sind ja noch am Kämpfen. Geil. So, ähm. Hier oben haben wir nur die Festung. Das heißt, hier irgendwo durchbrechen, seitlich vielleicht. Aber als Partei kann. So. Ähm. Machen wir trotzdem. Oh, das ist ja gar nicht viel. Voila. Das ist ja ein Witz. Hier rüber. Hier rüber. Barbaton. Lore. Oh. Das ist, äh. Niedlich. Ich bin da mal gefangen genommen. Geil. Ist nur hier rüber geschwappt, oder was? Das ist, äh. Cool. So, weiter. Jetzt setzen die natürlich hier in Überzahl. Oh, da kommt noch mehr. Kavalerie, Kanon. Boah, Kanon erstmal hier. Hier so hin. Ich bin auch motiviert, gleich in den Kampf zu stürmen. Äh, der ist mir zu motiviert. Gehen wir gleich darüber. So, Pause, 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 mein Freund. So. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Äh. Kommen wir weiter da ran. Das ist natürlich blöd, weil die sind jetzt hier in der Überzahl. Das ist wirklich alles? Nur eine Kanone? Boah, was soll ich denn damit machen? Oder zwei? Hm. Auch noch am Marschieren. Ja, dann fangen wir mal an, hier rüber zu setzen. Hilft ja nichts, ne? Mal kurz Pause. Irgendwo müssen jetzt Leute sterben. Wir sind nicht gleich hier. Der Ort ist genauso gut wie der andere. Hallo? Nur. Weiter. Na ja, der läuft scheiße. Vielleicht kriegt er sicher noch. Nee, er kriegt sich nicht. Oh, der ist so nicht kämpfen. Och, ey. Jetzt ist der wieder am Laufen. Augenlauf hier am Rand. Ist ja natürlich lustig, dass die irgendwie so übergespappt sind, sag ich mal. Oh, hier ist natürlich eher viel los. Genau. Kanönchen erstmal hier so ran. Vielleicht können wir euch schon mal übersetzen. Hier ist noch nichts. Pause. Natürlich fantastisch. Weiter. Weiter. So, wenn hier natürlich nichts ist, könnt ihr erstmal weitermarschieren. Weiter. Weiter. Genau, der hat es richtig erkannt und gemacht. Weiter. 2,40. Da bin ich mal gespannt hier mit unserer Reserve. Was das hier werden soll. Okay. Ah, fliege. Oh, der Nachkopf ist schon drin. Ja, die laufen. Fantastisch. Dann kommen wir hier rüber. Dann kommen wir hier rüber. Nein. Oh, Polk. Weiter. Komm, hoch da. Weiter. Weiter. Wir müssen da schnell agieren. Wie lange eine Lücke ist. Das ist auch eine Festung, ne? Nee, ist die Stadt. Ah, jetzt zieht er sich nämlich zurück. Dann haue ich ihn gleich auch noch auf die Mütze da. Verdammte Scheiße. Hoch. Und Pause. Jetzt müssen wir hier wieder gucken. Hier wird es wieder interessant. Und da sind nämlich Leute. Und die sind schon wieder am Rückzug machen. Warum auch immer. Ähm. Warte mal. Verstärkung bekommen. Oh, Verstärkung. Kann ich mitbekommen? Ich kriege es. Verstärkung. Ähm. Ich will die erstmal hier so positionieren. Die Verstärkung. Ich würde vielleicht hier mal angreifen. Ohne. Ohne. Rüber. Er wird wahrscheinlich... ran. Ran. Und auch hier. Nahkampf. Weiter. Wir rennen auch schnell zurück. Der Hügel ist echt böse. Hoch da, Jungs. Hoch. So. Nicht nachlaufen. Halt. Kavallerie. Ich hab doch hier Kavallerie irgendwo. Kavallerie, hol mir die Kanone da. Die stört. Ah. Der Nahkampf ist zurückgeschlagen. Hier, komm. Angriff. Ähm. Entschuldigung, mein Fehler. Wir müssen doch mal ein bisschen rennen, ne? Wird das nichts? So. Jetzt haben die meine Leute wieder gefangen genommen. Ist ja egal. Jetzt haben die die nächsten wieder zurückgedrängt. So, wir haben den Weg nach Washington gefunden. Greifen Sie den Feind an. Hier haben wir den schon dabei. So, weiter. Weiter. Diese Wichser schießt mich aus dem Grab. Äh, vorne weg. Okay, ich glaub, wir ziehen mal zurück, aber wir haben keine Kontrolle über die Pause, 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 Pause. Wir haben nicht so viel Zeit. So. Ich muss jetzt mal einen Schluck Kaffee trinken. Entschuldigung. So. Wir müssen hier irgendwo durchbrechen. Nahkampf, Nahkampf. Ich zieh die nochmal ab. Ich zieh die hier her. Die drei Gruppen und dann geht's weiter. Äh, noch mehr Reserve. Okay. Kann ich gebrauchen. Warte mal. Egal. E1 ziehen wir da ab. Dann könnt ihr da hinlaufen. Und diese drei Kanonen 300 dann auch nochmal da hin. Hier in der Mitte, dann ist er halt verloren. Ich, bis ich der Unterstützung muss, ist Weihnachten. Und, ähm, ja. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. So, wenn wir gleich waren, können wir uns mal holen. Können wir uns ja mal gönnen. Warte mal, Pause. Wie sind denn da noch Einheiten? Oh, 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 oh. Schön, 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 schön. Warte mal. Hier, vor. Franz zählt gleich rüber. Evans rüber. Hier, weiter ran. Und weiter ran. So. Weiter. Und hier alle, hier her. Dann gehen wir mal hier wieder rüber. Ich werde jetzt hier ganz viel von links nach rechts, weil anders als nicht einfach machbar ist, glaube ich. So. Komm mal hier ran. Nahkampf. Komm mal hier ran. Da ran. Das ist auch noch ein Nahkampf. Komm mal da ran. Ich will die Linie wegfahren. Das dauert noch ein Moment. Hier rüber. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier rüber. Hier rüber. Dann gehen wir die Kanone da weg. Dann gehen wir die Laufen. Perfekt. So. Der ist zurückgerannt. Jetzt. Ähm. Da müssen wir mal hier mal gucken. Ich habe mich auch alles gerade irgendwie duftet durcheinander. Weiter ran. So. Weiter ran. Weiter ran. Weiter ran. Die Kanonen müssen hier auf jeden Fall höher. Dann haben wir hier schon alles. Pickett kann nochmal herkommen. Klein kann nochmal hoch. Du kommst einfach da nicht weg, ne? Tut mir leid, Brown. So. Nahkampf. Nahkampf. Tacke. Tacke. Wie reicht das? Wie sieht es hier aus? Freuen sich alle. Die riechen die Freiheit. So. Ruhig hinter die Mauern. Nicht, dass die nochmal auf die Idee kommen, die Hansels. Uns da irgendwie in die Quere zu kommen. So. Jetzt will ich euch hier mal abziehen, ihr beide. Ich brauche euch hier. Kommen wir nochmal hier rüber. Und sie werden flankiert. Das ist ganz doof. Kommen wir zurück. Zurückfallen. Schau. Scheiße. Eins und ey. Da muss man eine Cavalry holen, holen die Kanonen weg. Pause, Pause, habe ich gesagt, Pause. Sonst haben wir sie hier weggedrängt, der Wall da unten interessiert mich nicht. Wir wollen jetzt, upsala, upsala, hier hin. Ihr könnt euch ja hier bewegen. So, ihr meine Freunde, bewegt euch da hin, da hin. Kanönchen mit Hönchen, weiter vor, weiter vor. Jetzt brauchen wir hier alle Unterstützung. Munitionswagen, hier ein bisschen Leute bei der Kanone. Seid ihr schon am Laufen? Euch ziehe ich da auch nochmal hin. Und weiter. Und kommt zurück. So, habe ich den Nahkämpfer vor. Oh, mein Nahkämpfer. Nahkämpfer haben wir hier. Nahkämpfer kommt. Oh, Kanone, zurück. Alter, was mache ich da? Ich habe die Kanone falsch bedient. Alter. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe aus Versehen die Kanone gehabt. So. Attacke. Los. Hier, Attacke. Schützen, Randa. 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 Muss doch mal klappen da. Los, weiter. Vor. Auditionswagen vor. So, mal pausieren wieder. Jetzt sind sie nämlich hier in der Stadt. Ich weiß noch nicht, wie viel in der Stadt ist. Wir müssen aber hier dicke vormarschieren. Hier vormarschieren. So, hier in Formation endlich hier. Alle da? Wollt ihr alle mitmachen? Näher ran, mein Freund. Stirbt sich leichter. Nee, hier nochmal zurückfallen. Mach es einfach Backup. Immer weiter ran. Da passiert sie mir schon. So, weiter ran. Nahkampf. Nahkampf. Und... Jetzt sind wir hier weg. So, Randa. Hier rein. Rein. Alles reiner. Kanonen sind ein bisschen geschützt. Können wir einfach ein bisschen abziehen. So. Nee, zurückziehen. Oh, da haben wir Einheiten drin. Schau mal an hier. Wie sieht es da aus? Da kriegen wir keinen Mistelzweig hier. Das ist ja scheiße. Rein. Ja, los. Rein da. Ja. 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 Aber jetzt hat sich ja eine Lücke aufgeboten. Bitte. Feuer. Aber ich hoffe jetzt, die laufen da. Verdammte Scheiße. So, die laufen. Schön. Bemannt die Mauern. Bemannt die Mauern. Dann kriegen wir nämlich hier vielleicht um die Ecke. Wäre ganz fetzig, spätzig. So. Dann kriegen wir nämlich von dieser Festung Verstärkung. Haha. Ist das nicht toll? Nee, ihr könnt da warte mal ganz kurz. Da hinten haben wir auch noch Einheiten. Das Supply, gefangene Supply kommt jetzt da rein. Kann Nünchen hier an die Seite. Konditionsräume auch. So. Na, dann können wir sie da so ein bisschen zurückschlagen. So haben wir Pause. Das gefällt mir da nicht. Was haben wir da? Sind wir quasi auch schon drin. Ähm. Wie sieht es da so aus? Wir brauchen ja noch Einheiten für Washington eigentlich so ein bisschen, ne? Ähm. Lass mal kurz überlegen. Kanonen. Ich weiß nicht, ob wir sie hier noch brauchen. Ich werde jetzt mal alle Kanonen da vorziehen. So. Lass uns mal den Typen da loswerden. Von zwei Richtungen müssten wir ihn ja wegkriegen. Dann müssen wir mal gleich gucken, was wir hier noch abziehen können. Hier hinten unter uns haben wir noch Einheiten. Die sind mir aber gerade sowas von egal. So. Weg. Weg, habe ich gesagt. Rein. Rein. Mal gucken, was hier drinnen ist noch. Aber die 800er bleiben einfach hier. Hier, die müssen wir wieder wegkriegen. Können wir noch ein bisschen Druck aufüben. Reserve. Oh. Pausieren noch mal ganz kurz. Ich brauche Schluck Kaffee. Geht alle irgendwie der Kaffee. Äh, ist noch kalt, meine ich. Ähm. Ich sehe jetzt schon, wir werden locker die, äh, Stunde erreichen. Es tut mir leid. Ich werde das Video nicht schneiden, weil, äh, hier irgendwie, ja, ist ja gerade ein bisschen doof. Diese mitten in der Schlacht habe ich keinen Bock, habe ich von Anfang an gesagt. So. Bemann doch einfach die Mauer. Sollen es doch kommen, die Schweine. Wir brauchen noch die Stadt. Und die Stadt haben wir eigentlich quasi. Die Kavalerie hat es gerichtet. Ähm. So. Dann macht ihr auch mal mehr Druck. Und dann brauche ich hier unbedingt Einheiten, die in der Stadt bleiben. Ist aber nur ein Punkt, den wir in der Stadt setzen müssen, ne? So, oh, oh, oh. Pause, noch mal Pause, noch mal Pause. So, jetzt haben wir da Einheiten bewegt. Ähm. Euch hätte ich gerne... Können hier Druck machen? Hm? Nee, ihr kommt hier bitte. Beide. Und von der Einheit nach, komm, die lassen wir da. Ähm. Was ist jetzt? Ach, hier ist da noch ein Kampf. Habt ihr das noch nicht geschissen gekriegt mit dem Typen da? In der Überzahl. Macht ihr mal Platz. Haben die den ganzen Tag Zeit. So, hier ist die alles so ein bisschen bemannt, glaube ich. Ne? Muss mal gleich gucken. Euch ziehe ich schon mal Richtung Stadt weiter. So. Es ist, glaube ich, nur ein Punkt, den wir eingenommen nehmen müssen. Aber die Kavalerie wird das da wahrscheinlich nicht lange halten. Ich glaube, ich ziehe mich nochmal ab. Dann haben wir sie da auch weggedrängt, sollen sie ruhig kommen. Dann müssen wir nur die da loskriegen, äh, werden hier. Ähm, ja, das ist nämlich jetzt so, wollte ich es nicht. Ich wollte hier schon, dass hier Einheiten gründet bleiben, ne? Dass sie mich hier weiterziehen können, problemlos. So. Hier, morgen, komm, bleib mal da. Falls sie von da nochmal rüberkommen. Oh, die Innenstadt haben wir jetzt auch. Fort Washington haben wir auch. Äh, warte mal, ich jetzt war das jetzt. Das da, oder? Eigentlich haben wir doch alles drei, oder? Alles besetzt. Ich verstehe gerade nicht, wo das Problem ist. Was soll der verfolgt jemanden? Ah, hier haben wir auch noch Einheiten. Jetzt sind wir hier echt schon splittergruppenmäßig unterwegs. Kanonen bitte ein bisschen rein. Komm mal runter. Und euch fällt mal da mal so ein Walz. So. Dann haben wir jetzt auch in Washington genug Leute. Ein bisschen so am Rand behalten, so ein bisschen. Wo ist weiter? Zumut macht ihr dem Nahkampf Platz. Hier. Ah, komm. Washington wurde umkämpft. Ja, scheiße, aber... Weil alles hier Washington ist, oder was? Komm auch nicht an, ne? Ich schicke da mit dem Cavalier rein, damit die abhauen da. Evans, los, hinterher. Ja. Die Festungen müssen fallen. So, ähm, ich weiß nicht, wie weit das noch geht. Wie viele Festungen haben wir jetzt? Wir hatten da zwei. Ich glaube, vorige Runde auch zwei. Jetzt haben wir Washington quasi. Eine fehlt uns noch, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ich wollte jetzt einfach hier nochmal einen Break machen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken, kommentieren. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.